Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Es ist offiziell, wir Schalker haben einen neuen Trainer. Thomas Reis übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt. Der 49er hat am heutigen Donnerstag seinen Vertrag bei uns unterschrieben und wird auch direkt heute sein erstes Training auf dem Rasen leiten, um die Mannschaft auf das Heimspiel am Sonntag gegen Freiburg vorzubereiten. Sein Vertrag gilt ja wohl laut verschiedenen Medienberichten bis 2024 und ist eben auch gültig für die zweite Liga. Peter Knebel, unser Sportvorstand, sagt zur Verpflichtung des Trainers folgendes. Wir sind sehr froh darüber, dass wir Thomas Reis als neuen Cheftrainer für Schalke 04 gewinnen konnten. Kurzfristig wird es für uns darum gehen, aus den vier Spielen bis zur WM-Pause möglichst viele Punkte zu holen. Im Anschluss wird es von entscheidender Bedeutung sein, die lange Winterpause so zu nutzen, dass Mannschaft und Trainerteam optimal vorbereitet in die 19 Partien bis zum Saisonende gehen. Wir sind davon überzeugt, dass Thomas für diese Aufgaben genau der richtige Mann ist. Und unser neuer Chefcoach Thomas Reis äußerte sich natürlich auch. Ich freue mich riesig darüber, nun ein Teil des FC Schalke 04 zu sein. Die Gespräche waren von der ersten Minute an sehr gut. Mit dem Aufstieg in der vergangenen Saison hat Schalke eine unglaubliche Erfolgsgeschichte begonnen, die wir nun mit dem Klassenerhalt weiterschreiben wollen. Die Herausforderung ist ohne Frage eine große. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir die notwendige Qualität im Kader haben, gemeinsam unser großes Ziel zu schaffen. Es gab ja auch verschiedene Medienberichte, dass wir bereits im Sommer Thomas Reis haben wollten. Da hat es nicht funktioniert, jetzt eben schon. Und ebenfalls zum Trainerteam stößt Markus Gellhaus, der schon in Bochum Co-Trainer von Thomas Reis war. Interessant ist auch durchaus die Ablösesumme, denn auch das sind sich die Medien mittlerweile einig. Es wird wohl ungefähr 300.000 Euro gezahlt für Thomas Reis an den VfL Bochum, inklusive Bonuszahlungen. Und laut der Bild zahlt Reis jetzt schon 70.000 Euro, bei Klassenerhalt nochmal weitere 30.000 Euro, sprich ein Drittel der möglichen Ablösesumme übernimmt unser neuer Trainer selber, was sicherlich auch nochmal ein starkes Signal ist. In dem Sinne, willkommen und Glück auf Thomas Reis auf Schalke. Es wird eine schwierige Mission, aber die gehen wir jetzt gemeinsam mit Reis also an. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.